so ich bin gespannt ob es mit den shader funktioniert und harmoniert und florisiert interagiert noch sieht man desktop es lädt recht lange muss ich sagen ich glaube nie in kraft spielt nicht ich hab ein bild ich hab ein bild warte warte es ruckelt er legt die chunks ok alter du ruckelst halt ehrlich hart und ok nein das wird glaube ich nichts doch doch warte man sieht partikel effekte an deinen füßen du hängst in der luft es sieht aber so toll aus komm mit oh gott ich glaube nicht dass du das packst nein ich glaube ich würde das packen aber minecraft packt das nicht ich glaube das schließt einander sowieso aus ja das ist glaube ich einen ticken zu viel egal gut dann mach ich das paper cutout rein das ist das ist ultra schön ne paper cutout ja das stimmt ganz ehrlich ich mag das mehr als bags das stimmt dann hatten wir eben für 30 sekunden schönes aussehen fuck ich hab mich mit dem bohren selber getroffen Patrick hi guck mal ich hab es eben geschafft lol achso ja ok ja das ist das häuschen oh das sieht aber schnieke aus das ist von innen jetzt noch nicht fertig hier soll noch das ein oder andere regal mehr hin ich mag aber das fenster hier was soll hier denn da soll es runter gehen ein unterirdisches minensystem was unsere häuser miteinander verbindet das sieht aber toll aus warte 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 du hast das beste verpasst ui da muss ich ja nochmal zurückkommen sie haben Alcachafun vergessen Oh, hallo Ei bims Elkaacher Elkaacher Okvergiss das ich habe einen Bogen das hast du mitbekommen mittlerweile Meine Alcachafun Wieso habe ich Achso kinder ja jetzt kann ich runter So, ich soll Quarz farmen wenn du magst ja wenn du Also ich bin wiesofi da muss ich bin wieder Level 30 werden aber davon Ich bin halb 27 Davor klau ich deine Eier. Nein, tu es nicht. Mach zu. Bruder muss groß. Soß. Kloß. In der Not gehe ich groß. Ach, Timmy. Hör auf. Jetzt brennt ein Haus. Rache. Mwahaha. Mwahaha. Alter, das klingt so. Mwahaha. Ja, genau. Mwahaha. Mwoh? Diese Mw? Spielst du mit dem Mw? Nee. Wie lange hast du bitte kein Falloutplayer gespielt? Oh, Digga. Extrem lange. Ey. Ich auch. Ich habe ja Fallout geholt. Aber ich weiß auch nicht ob es immer noch Cross-Over ist. Ich weiß nicht ob es Cross-Play gibt. Kein Plan. So, eigentlich relativ egal. Ich zeig es auf jeden Fall mit ein paar Kollegen, die es sich aber noch nicht jetzt geholt haben. Heißt es steht jetzt hier rum und ich warte darauf, dass sie sich das auch holen, damit ich starte. Ist ja Ehre. Hast du noch eine Ender-Perle? Äh, vier. Gib mir mal eine. Warum? Ich will mir eine Ender-Truhe machen. Ne, gib mir zwei. Ich brauch zwei. Ender-Truhen funktionieren einfach nicht, ne? Ich weiß aber trotzdem. Sie haben keine Kraft durchdacht. Eigentlich bräuchte ich die schon für... Junge, ich hab Plünderung drei. Du kriegst das Schwert, wenn ich ein besseres hab. Arschloch. So, jetzt brauche ich noch Obsidian, ja? Äh... Ein Neen? Ja, acht Stück. Achtzehn. Achtzehn, ja. Wozu brauchst du eigentlich die Enderkiste? Wenn ich unterwegs beim Fahren bin, einfach mal in die Dias reinpacken, falls ich doch sterben sollte aus irgendeinem unerdenklichen Grund. Hm. Hast du übrigens die Kirche gesehen? Die hat jetzt getönte Scheiben. Ist voll lutscht. Echt? Ne, hab ich nicht gesehen. Guck ich mir gleich an. Oh, ich muss Musik anmachen. Das hab ich ja ganz vergessen. Die Massen, sie werden ausrasten. Die Massen, sie werden ausrasten, Sarsten. Was werden wohl die ganzen... Oh mein Gott, ist das laut. Cool. Was ist... Was ist los? Nichts, alles gut. Bruder, muss groß. Denn ich gehe jetzt ins Soß. Soß. Ich glaube, ich geh gleich Sofa an. Oder? Oder? Hab ich Bock drauf? Hab ich Bock? Ich weiß es nicht. Hab ich Bock? Hab ich Bock? Hab ich Bock? Ey geil, dass der Kunde wird jetzt richtig witzig, weil ich einfach unendlich weit von unserem Haus wegrenne. Ist ja witzig. Er ist halt, ehrlich, ultra witzig, weil irgendwann bin ich irgendwie 10.000 Blöcke weg. Und dann denke ich mir so... Oh ja, Patrick, das war richtig... Oder kritisch den ganzen Weg wieder zurück zu gehen. Kritisch. 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 Kritakorisch. Kritisch. Genau. Kann ich mir den ein oder anderen Dia von dir leihen? Klingolisch, wie viele denn? Drei. Ja, nimm. Ja, keine Ahnung. Drei. Digga, wenn es nur drei sind, Alter... Ich hab's eh. Ey, Dieter. Ja, Bruder? Moin, Dieter. Wer bist du denn? Boah, ich bin ja Peter. Ja. Ja, komm halt dein Maul jetzt. Dankeschön. Kommt Alvin eigentlich noch wahr? Oder haben wir den komplett rausgemobbt? Oh nein! Das war halt nicht mein Ziel. Das war halt echt nicht meine Absicht. Doch, was? Du Sau, du! Scheiße, wir haben ihn voll rausgemobbt. Du hast ihn rausgemobbt. Was? Du hast auch gesagt. Du Untermensch. Ja, ja. So wie auch der Bogen war auch nicht komplett angespannt, ne? Bruder, der Bogen war nicht schon angespannt, Bruder. Mein B... Mein Bietz ist angespannt. Bruder, muss groß. Nicht der Boden. Maler sogar nicht der Boden, ja. Ah, herrlich. Göttlich. Sagt man im Fachkreisen. Such einfach Tiro X Ele. Quartz. 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 So. Mein Name ist Jeff. Ja, das ist er. Ich glaube ich jetzt fünf. Ja, das hast du. Ich habe eine Nase. Wo ist meine Hose? Pff. Scheiß auf Schwerkraft. Beste Zeit, Alter. Als letztes der neue ASDF-Movitei rauskam, ne? Ich habe mich gefühlt, ich habe mich gefühlt wie vor 100 Jahren. Es ist wirklich wie so ein kleines Kind. Es ist echt witzig. Ich glaube ich nehme vier Diamanten mit, ja. Sorry. Ich hoffe du wirst mich nicht töten, Bruder. Hm? Töten? Bruder. Bruder töten? Soll ich dich töten? Hi Schatz. Kann ich mir ein paar Steine von dir mitnehmen? Du hast eh genug. Nee, die sind mir zu selten. Bruder. Muss groß. Muss ganz, dringend ganz groß. Oh. Timmy. Hallo. Aha. She got me like. Hallo, my friend. Merkst du selber, dass du reingeschissen hast, ne? Warum? Was habe ich nicht gesagt? Ohne Witz, ich habe es vergessen. Reden wir nicht darüber. Oh, vier Zuschauer. Hallo, Ibims. Eins Patrick. André Is. Eins. Elegantor. Äh, das glaube ich. Timmy. Ja, hallo. Ja, hallo, Ibims. Ja, hallo, Ibims. Guck mal. Alle, die uns jetzt, also die uns nicht kennen, das jetzt das erste Mal gesehen haben, denken so, okay, tschau. Das war es mal wieder komplett. Ja, wieder neue Minecraft-Sposten. Oh nein. Schmerzen. Schmerzen in meinem Unterschenkel. In meinem Uterus. In meinem Uterus. Ui. Äh. 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 Wetten. Ich baue mich wieder am fucking Berg hoch. Berg. Ein Berg. Oh fuck. Ich baue mich am Berg hoch. Ich baue mich am Berg hoch. Hui. Was ist die normale Höhe bei dir? Äh. Ja, okay. Also 80 so. Bist du grad am Farmen oder bist du oben? Nö, ich, jetzt geh ich, jetzt geh ich runter in die, 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 in die. Jetzt geh ich runter. Aber 80 ist die normale Höhe, glaub ich. Warte mal, ich guck mal auf mein Waypoint. Äh. Äh. 66. Ich bin 59 Meter. Ah, ich sollte jetzt oben sein. Ja, ich bin oben. Natürlich bin ich im Berg! Oh, Patrick. Boah, sorry. Du bist so doof, ne? Boah, Bruder, ich weiß. Oh, Bruder, ist so weh. Rate mal, wo ich mich hochgebaut hab. Bei deiner, bei deinem Hotel. Ah, Töfte. Nein, ich hab eine Ender-Perle geworfen! Patrick, Alter, du bist so ein dämlicher Untermensch. Warum regnet es eigentlich schon wieder? Weiß ich doch nicht. Patrick. Töner. Soll ich mal eine imaginäre Ender-Perle werfen? Eine, um die Sichtbarbe. Bitte. Piu! Da bin ich, hallo! Äh, das ist unfair. Wann suchst du eigentlich in meinem Haus, du Rabauke? Ich hab mir die neue Ender-Perle geholt. Ach, ach. Ja, genau! Ist doch eh dunkel gerade, Junge. Komm mal runter. Komm mal runter. Was? Komm mal runter, Peter, ey. Komm mal runter. Hä? Komm mal runter. Die macht man doch mit Obsidian oder bin ich behindert? Oder braucht man noch was? Keine Ahnung. Find's ja raus. Vielleicht brauchst du ein Ender-Auge? Äh, muss ich ja wieder googeln, ey. Weil dafür bräuchtest du Blaze-Powder. Ja. Ja, dann nicht mal komplett Übennacht. Das war's dann mal wieder komplett. Och komm schon, als ob das jetzt so schwer ist hier. Nee. Da musst du halt erst recht hin. Doch, ich brauch ein Ender-Auge. Fuck. Ja, sieh viel Spaß im Nether. Kannst du gleich Blaze-Powder fahren. Sollen wir mal schlafen gehen? Warum? Schlafe ich schlafe. Ich sehe ihn, Ever, jetzt. Wollte ich das? Ja. Weiß ich nicht. Du brauchst Blaze-Powder. Hä. Jetzt hab ich jetzt ein Dingensfinder, Alter. Ja. Musst du. Never, ever. Mehr oder weniger. Ever, ever. Schwester, Ever. Bruder. Welcher Shader ist das, Ele? Das ist der... Seus Renewet. Ist ein toller Shader. Gehst du mir... Oh nein. Mach mal bitte... Oh nein. Ja, lass mal eben schlafen gehen und mach Toggle Down vor mir. Ja, warte doch mal, du dämlicher Wichser, Alter. Machst du da... Ich kann nicht schlafen, wenn Zombies nerby sind. Minikraft cringe. Ja, ohne Witzes war früher so... Äh, Zombies an nerby. Was heißt nerby? Hallo, Zombies an nerby. Nerby an Zombie. Jetzt fehlt nur noch Toggle Damenfall. Da... Damenfall. Bruder. Patrick, bleib am stehen, bleib am stehen. Ach, jetzt weiß ich, warum es vielleicht geleckt hat. Ich hatte die Sichtweite auf 48. Bruder muss groß. Jetzt kann ich vielleicht doch das ultra-realistische Pack reinmachen. Moment mal. Probier's. Minecraft wird's wahrscheinlich jetzt abschmelzen. Probier'n wir's mal. Ja. Wir probier'n's. S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Sieht echt nicht gut aus. Sag... Voila. Minekraft funktioniert nicht mehr. Ich muss Minekraft... Und du bist rausgeflogen. Ja, warte ich statt neu, dann sollte der Shadow... äh, äh, der, äh, das Texture Picker war drin sein. Eigentlich. Sollte die Shadow auch drin sein? Ei, ei. Ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Huiuiuiui. Hm. Weißt du, wie man ein Bild craftet? Mh, nein, das müsstest du suchen. Weil Herr Square hat eins in seinem Haus und ich will wissen, wie er das gemacht hat. Ich glaub' Stöcke und Wolle. Ich glaube, ja. Sind es Stöcke und Wolle? Hat er noch Wolle? Er hat noch Wolle. Finden wir es heraus. Hat er noch Wolle, Bruder? Es sind Stöcke und Wolle. War, war einfacher als gedacht. Sind es Stöcke und Wolle? Es sind Stöcke und Wolle. Ey. Du kennst es schon auf Internet, ne? Ja. Du kennst auch, äh, Hotfuzz, ne? Ja. Welche fandest du besser? Beide. Fand ich gut. Ah, gute Antwort auf welche fandest du besser. Ja. Und welcher Wunder es funktioniert auf einmal. Kein Wunder, dass ich so... Ich hab mich schon gefragt, warum ich auf einmal so wenig FPS habe, Junge. Alter, Minecraft, ne? Jetzt kannst du mal gucken, wie es aussieht mit Shader. Äh... Schöne Details hier. Sieht echt geil aus. Das ist schon... Das gefällt mir. Das mag ich. Das gefällt mir. Das ist in-stream aber auch nicht ganz flüssig, ne? Echt? Also ich hab 70 bis 80 FPS. Sieht in-game so nach 35, 40 aus. Äh, also in-stream, finde ich. Okay. Aber... Aber... Ja... Keine Ahnung. Ich würde irgendwie immer noch... So viel Realismus steht Minecraft einfach nicht. So ich wieder Paper Cutout. Also ich würde mit Paper Cutout spielen. Guck mal jetzt hier meine Höhle zum Beispiel. Das sieht geil aus. Das sieht so richtig nass aus. Warte, warte, wenn ich mich da gleich hinstelle. Hm. Ich mach Paper Cutout. Ja, ja, das mag ich. Das mag er. Bruder, dann mach ich auch wieder das Paper Cutout rein. Papier ausschneiden. Das ist auch so ein geiler Name für den Texture Pack. Papier ausschneiden. Alter. Das klang nicht gesund. Was hast du gemacht? Ich meine, mein Handy voll auf der Kamera geschmettert. Oh, ja. Töchte. Ja, es lebt aber noch. Alles gut. Noch. Warte mal. Ich mach, ich töte es gleich. Mein Handy? Tötest du? Ja. Danke, Papi. Ja, ja. Bitte, bitte. Das ist eine geile Ursache. Immer wieder gerne. Brrrr. Brrrr. Damn, das sieht echt nice aus. Oder? So richtig schön lila. Also bei mir zumindest. Das war meine Idee mit den Gefärbten. Na, bei mir sieht das richtig knalllila aus. Wie in so einer Kirche. Ist ja auch eine Kirche. Bruder, es ist eine Kirche. Was meinst du, warum sie das gemacht haben? Sabri. Sabri. Ich hab das Gefühl, es kommen immer Leute zum Einkreifer, Alter. Ich nicht. Echt? Ja, ich find schon. Wer ist denn so im Stream grad am Zugucken? Teddy, meine Freundin und noch zwei andere. So. Deren Name noch unbekannt ist. Das ist richtig. Hm. Irgendwie die, oder? Hast du den Unglaublichen 2 geguckt? Nö. Hast du den ersten gesehen? Nicht mal die Unglaublichen 1 gesehen. Alter. Das ist doch mein Film aus der Kindheit, ey. Ja. Superhelden. Wixer. Nö. Will ich nicht. Das ist mir egal. Sollen wir, warte. Sollen wir uns jetzt endlich mal so einen Ankerplatz blauen? Äh, blauen? Braun? Rauen? Äh, ich bin jetzt grad am Farben, also... Nö. Aber nicht. Du musst eh in die Höhle. Okay. Wie? Du meinst, äh... Never. Ja, in die Höhle. Ey, ich lass die Glückwicke hier, ich hab Angst zu sterben. Tja. Die Kanäle jetzt. Natürlich, äh... Bitter an der Stelle. Für... Die Anzahl der Erzinten, die du abbauen musst. Oh mein Gott. Weil, also ich brauch schon so einen Stack. Safe. Kriegst du. Oder ist schon äußerst süß von dir. Ähm... Hm... 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 Ich brauch mal einen Bogen, Alter. Hast du noch einen Bogen für mich mit Infinity oder so? Nope. Der einzige Bogen mit Infinity, den hab ich. Und der hat Infinity Power 5 und Flame. Könnte ich den vielleicht jetzt nur bekommen, damit ich... Nein! Das? Okay. Wenn du deine Glückspick- Äh... Pickaxe zuhause lässt, dann kriegst du auch erst recht nicht mal einen Bogen. Hm. Kannst dir abschminken. Ich dachte, du merkst das nicht. Der ist mein einziges Heiligtum. Oh, F10-2. Yay! 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 Jetzt verentwickeln wir aus äh... Family Guy, der Typ. Yay! Hast du ähm... Hast du Amazon Prime? Ja. Es gibt ja jetzt alle Staffeln Family Guy, bis auf die neueste. Echt? Ja. Alter, okay. Das guck ich mir nicht an. Ah, Prime natürlich, ne? Ja, ja, klar. Nee, gratis. Allgemein. Hat er eben eine Vollidore. Also Bruder, dann? Wenn das so aussieht, dann äh... Ich hab auch wieder von vorne angefangen mit Staffel 6. Das ist eine Überlegung wert. Ja, ja. Ein großer Fan von Family Guy. Ich auch. Das kann man sich gut geben, wenn man voll verkatert ist. Das kann man sich vollgeben... In jeder... jeglichen... in... ja, ja. Das ist... das ist wahr. In jeder... in jeder Lebenslage. Egal. Das ist es wahr. Ah, gehst du grad ein Rapper? Ja, ich bin drin. Ja, ja, hab mal gemerkt. Kurz geleckt, ja. Immer... immer wenn... äh... eine Anzahl neuer Chunks geladen wird, so... Ach Gott, Alter, ich hör jetzt schon den Gas, man. Die haben jetzt keinen Bock mehr. Da müsste auch irgendwo ein Creeper drin sein. Warum das denn? Äh, da ist einer, den hab ich fast kaputt geboxt und dann ist er da reingerannt. Ich glaub, der hat Angst. Alter, hier sieht's ja richtig eklig aus. Ich hab richtig Angst zu sterben. Ja, wenn du stirbst, bist du tot, ne? Ist schon ne ordentliche Schlussfolgerung, oder? Alter, da wär ich jetzt nicht drauf gekommen, du. Also muss ich echt schon Danke sagen. Ja, ich weiß es nicht. Du bist schon so oft gestorben bisher. Ja, mach ich mit Absicht. Zweimal wegen dir, du Opfer. Das stimmt nicht. Nee. Jetzt das letzte Mal, okay, da war der Bogen scheinbar aus Versehen wirklich voll gespannt. Aber das war keine Absicht. Das andere Mal, wo du weggerannt bist, du hast es provoziert. Kommen wir nicht so. Absolut. Ach so. Du wolltest vorher Katschafan... ...catchen. Alter. Ja, so was lass ich nicht tun. Ja, Quarz. Oh, hier ist ne... Waypoint. Schlucht... ...unterirdisch. So viel Quarz, ja. Das ist ne unterirdische Schlucht. Felder. Die ist geil. Oh. Was haben wir denn hier anbelangt? Ah, das ist cool. Jetzt geht's hier mit neu raus. Waypoint! Das ist halt geil. Waypoints machen zu können. Ja. Ja, ja. Das mag ich. Das gefällt mir. Das wird auch so'n... ...äh... ...free insider. Diese Stimme... Ja, ja. Das mag ich. Ja, ja. Das gefällt mir. Ja, ja. Ja, generell, das gefällt mir. Das mag ich. Ja, ja. Quarz. Quar-z. Quar-z. Oh, das altes Quar-z. 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 Oh, jetzt hab ich schon 33. Sein 33 Jahre. Eins, zwei, drei. Schicke, schicke Schweine. Wie lang streamen wir? Ja, ich hab eine Stunde... Ich hab morgen die erste Freie. Ich nicht. Keine Ahgen. Ja, das ist elf, würd ich sagen. Ja, ja. Elf klingt gut. Oh. Von mir ist auch länger. Ja, muss ich gucken. Ja. Oh nein, ich verpasse den Stream von Unge. Oh nein. Na wirklich, der macht... Ich mag seine Streams und die Minecraft Streams. Ja, ich auch, aber ich guck mich den trotzdem nicht an. Also wenn ich mal einschalte, okay, aber... Ja. Wenn ich mal einschalte, okay, aber... Ja. ...ich verfolg das nicht. So richtig. Nur bei Stegi. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Digga, jetzt ohne eine Quarz. Das gefällt mir. Waypoint. Hm, hm, hm. Das mag ich. Darauf ist mein Waypoint. Alter, bald können wir Minecraft... Weihnachtsmusik hören. Natürlich, no Copyright. Frank Sinatra direkt draufhauen. No Copyright, Frank Sinatra. Ab wann ist es eigentlich nicht mal Copyright? Wenn das... Wie ist das meine Fahrt? Ich glaube 50. 50 Jahre. Echt? Ich meine 50 Jahre. Wie lange existiert denn Frank Sinatra schon? Fragt das am besten denn Frank selbst. Ich ruf ihn mal kurz an, okay? Jo, mach mal. Bruder, ich lass gehen. Frank! Frank! Hi Frank! Ich bin's, Paddy. Er kommt da so zu mir... Warte, wer bist du denn? Moin, Liebens! Ey, wollen wir mal fragen, ob du noch Copyright bist? Hallo, bist du noch Copyright? Kann ich dich benutzen? Hallo! Kann ich dich benutzen? Hallo, warum hast du aufgelegt? Hallo! Hallo, kann ich dich benutzen? Lebt Elvis noch? Bruder, muss los. Elvis musste los. Ja, der musste groß. Der musste groß los. Schatz, komm mal WhatsApp. Äh, Witze über Tote. Äh, der piept. Der piept jetzt nicht mehr. Hm, 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 hm. Oh, ihr habt eins Emerald. Ihr habt eins Emerald. Ja, ja. Das mag ich. Oh, ihr habt noch eins Emerald. Was ist denn hier los? Eier. Gleich hast du drei Emeralds. Emeralds sind relativ selten eigentlich. Die eine Schublade von mir riecht immer noch nach Haut, das ist echt traurig. Ja, 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 ja. In meinem Arsch. Die ist mio. Die. Die ist mio. Ist du heute gut gelaunt? Wieso? Einer ist irgendwie so ne positive Ausstrahlung. Ja, ja, positive... Begattung? Vibes. Spühst du dich den Vibe? Bruder, spürst du den Vibe? NANANANANANANA Bruder Dasleß mein Vibe Spürste in mir das Agora NA NANANANANA unanimously Mann Wi clic hör mal Ich hab vor kurzem erst rausgefunden, dass dieses Board, wo er mal diese Clips drauf macht, dass es Nippel-Board hieß. Wow, da kam es ja früh drauf. Digga, ich wusste es nicht. Wegen der Knöpfchen. Ja. Jaaaa! Moin! Bruder, spürst du diesen Vibe? Spürst du nicht den Vibe? Spürst du? Verbrennen XP auch in Lava? Keine Ahnung. Noch nie probiert. Wird mich mal interessieren. Wie viel Level die hinweg, wenn man ab 30 verzaubert? Gleich verzaubert. Drei. Okay. Wir bräuchten auch zwei Level. Alter, ich hasse das, ey. Auf so einer Kante never stehen. Da wird mir richtig übel. Wird jetzt ohne Scheiß, Alter. Da wird dem Dübel übel. Richtig. Aber das Geile ist, ich weiß nicht, ob es bei deiner Mod auch so ist. Wenn du stirbst, dann zeig dir auch an, wo du gestorben bist. Ja klar. Ich glaub, wenn ich den Shade ausmachen würde, würde ich viel mehr sehen. Aber egal. Ich hab schon ne Fackel in der Hand. Das ist natürlich belastend. Das ist natürlich belastend. Das heißt, ich kann mir gleich ne Picke entscharten. Und, ähm, äh, wie heißt das? Äh, noch mal ne Picke... Äh, noch mal ne... Äh, noch mal ne... Äh, noch mal... Noch mal, ähm, ein Schwert. Ich hoffe, ich krieg diesmal guten Stuff drauf, Alter. Hast du deinen Bogen ja nicht aus dem Meer gezogen? Jo. Echt jetzt? Aber da hatte der nicht Power 5, sondern Power 4. Ist da auch das drauf, wenn du stirbst, dass das weg ist? Dias! Nein. Bei dem nicht. Ey, du brauchst echt Silk Touch, Alter. Ohne Witz. Dann könnte ich das abbauen mit der Glückhacke. Ja, ja. Ich weiß. Müsste eigentlich so Pflicht sein. Bruder, warum hab ich keine Musik? Wahrscheinlich wär keiner anders. Wenn ich raten dürfte. Jaaaa, muss ganz dringend. Ganz, ganz groß. Ne, oder? Vielleicht die Musik nicht mehr? Muss ich jetzt mal kohlen. Äh, eigentlich... Ich komm gleich zurück, hab wieder drei Stacks Eisen mehr. Das ist doch nice. Ich könnte einen kompletten Zaun aus Ambossen machen. Das ist nice mit Reis. So sei's. Timmy! Hör aufs schlecht zu reimen. Selber schuld! Das gibst du mir so einen schlechten Vorladen. Okay, hast recht. Mein Problem. Wie deine Suizide. Hier auch nix für dich. Sorry. Ja. Muss halt groß. Merk ich mir. Ganz ehrlich. So, ab zum Ausgang... Rang... Welchen Raum bist du? Wie, in welchen Raum? Silber... Gang... Äh... Gron... Gang... Ring... 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 Der Feuerwehrmann ist da. Ja, ja... Das mag ich. Wer? Feuerwehrmann ist da. Ach du Scheiße, was ist das denn? Kennst du das nicht? Digga, was hast du für eine Kindheit gehabt? Eine, die auch ohne dumme Feuerwehrmann rausgekommen ist. Ist ja eine Kindersehe. Hast du nie Bock der Baumeister oder so gekommen? Hast du mal das heutige Bob der Baumeister gesehen? Ja, habe ich. Alter, alter, alter. Das ist alter. Ich bin immer noch... Ich bin immer noch der Verfechter davon, dass Bob in Bobbelsberg die absolut beste Bob der Baumeister Episode war. Die Winterschwede in Bobbelsberg. Ja, doch, die Wanduul, die mag ich. So, auf nach Hause, ja, ja. Ich hab Quarz. Werden sie es verspeisen? Oder werden sie das Eisen? Im... Beim Verreisen, beim ähm... Verreisen. Ameisen. Riech die. Ja, ja. Die mag ich. Die Ameisen. Oh, hallo Mr. Pigman. Auf und straighten Weg guckt er mich an. Oho. Kennst du die Serie, ähm... Mr. Pigman. Da ist ein Garst. Sagt mir jetzt gerade spontan nichts. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, man. Alter. Ah, der macht keinen Schaden sehe ich gerade. Also kein, äh... Der Gas macht keinen... Der Gas macht keinen... Bum bum bum. Das ist cool. Na, dann kann ich einfach ganz über... ganz wiesig hingehen. Ähm... Oh nein, es ist Nacht. Oder? Alter, wo geht's hier nochmal hoch? Ach, da. Oder? Ja. So. So. Ja, gleich hab ich Level 30, Alter. Ich glaub, Alvin kommt nicht mehr. Ich glaub auch. Der wird ehrlich vollkommen weggemobbt. So richtig so. Hoch und so. Das war halt wie... Das war nicht so gemein. Ja, okay, doch. War's. Nein, Spaß. Also wenn ihr diese Droh gleich, die ich hierbei eben mache, keinen Nostalgie-Flag verkibt. Ah, was am Penis. Da hab ich alles gesehen, hab ich. Ach komm, wie kann man soweit stripmine... und keine Dias finden, das geht gar nicht. Ich strip mein Extra über Kreuz. Oh, Clark's da schon. Ja, ja, das mag ich. Man, das geht doch nicht. So. Dann brauche ich... ähm... ...und ein Schwert. Du bist zauberhaft. Nein, du bist zauberhaft. Ey, komm, das war süß. Ja, ja, das war auch süß. Diese Stimme ist einfach... Doch, die passt, Alter. Schon ein bisschen, aber nicht ganz. Nein, die passt. Ja, schon ein bisschen, aber nicht ganz. Doch, die passt. Da werden aber noch keine Freunde mit. Alter, ist da noch richtig viel Stoff drin. So. Ja, dann gucken wir mal, was wir rausbekommen. Ich hoffe, da kommt mal ein guter Scheiß raus. Ja, das stimmt nicht mit den drei Leveln. Wenn wir gleich einen Level füllen. Dann ist aber Schluss, ja. Gucken wir erstmal, was auf die Picke kommt. Hey, wie war das? Halperkka 3, jeet. Nochmal Halperkka drauf und Schwert. Geil. Ja, da freut man sich. Oh, nochmal Glück 3. Nice. Ich glaube, das ist gut. Dann kann man sich nicht beschweren. Schwungkraft 3. Nemesis der Gliedschwester 4. Rückstoß 2. Halperkka 3. Schwungkraft 3. Yeah. Ich bekomme keine Schärfe. Aber dafür kann ich jetzt viel schneller schlagen. Ich bekomme nur Scheiße, Alter. Das gibt's nicht. Gibt's nicht, Mann. Komm schon. Gön mir die aus. Gön doch. Na, sieht bisher nicht so aus, als würde er gönnen. Hm, hm. Er gönnt Gold. Gold ist auch wichtig für Endfight. Ich hab eine Idee. Oh, er gönnt mir noch mehr Gold. Gold ist echt wichtig für den Endfight. Endfight. Ja, ja. Ja, das kann man. Ist halt dann dieselbe Picke. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaub, ich mach mir gleich eine Pizza. Hehe. Untermensch. Oh, noch mehr Gold. Gold ist wichtig für Endfight. Ich glaub, ich mach mir jetzt eine Pizza eben rein. Timi? Ja? Ja. Geben wir mal kurz Game-Mod. Ich will einfach nur damit schöne Aussicht. Oh. Hä? Okay. Und mach Toggle down for all the day. Im Code mach ich mir eben kurz eine Pizza rein. Oder oder so. So. Stehen wir mal. Richtung der Sonne. Oh, ein Emerald. Ja, du. Level 30, ja. Machen wir das ein bisschen höher. Ja. Ja, so ist okay. Gut, ich bin dann eben kurz weg. Okay. So, meine Freunde. Mich hört die. Ich bin jetzt selbst und alter. Ja, ja. Solo und halt meinerseits. Starke Sache. Ich baue mich gerade hoch. Äh. Und werde versuchen. Ein Enchantment. Zu erhalten. Auf, äh. Meine Spitzhacke. Ich, ich, äh. Hoffe auf Glück 3. Würde ich gut finden. Wird mich aber auch nicht beschweren, wenn. das Effizienz 5 oder so ein Scheiße ist. Also so ist auch okay. So. Ich könnte mich jetzt theoretisch sogar ohne das ELIS-Märkt teleportieren. Wahrscheinlich sogar ohne das ELIS-Märkt, weil der Chat wahrscheinlich ausgeblendet ist. Mach ich aber natürlich nicht, weil E-Beam sei jetzt Ehrenmann. Oh, ich bin unter Sandstein. What? Äh. 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 schon beim western aus jeden moment überlegt ob ich auf ele warte oder ob ich einfach oder ob ich einfach abschicke und das jetzt schon mache ich nehme schon zina niederquartz ja ja schönes ding als als eisenerz kommission gold erz noch mal komm schon reiches niederquartz man mitnehmen zack 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 so pizza ist im uffin ich bin wieder da danke für die tolle kiste danke danke bitte bitte kannst du dich wieder normal machen grusel wehen ach so ja hast du schärfe buch oder so oder mehrere so dass ich mir schaffen für mann kann ich habe schärfe 3 kann ich dir geben hast du keine mehreren schaffe 5 oder hast du noch ganz unverzauberte bücher also du kannst dir kannst du schärfe 5 machen da liegen die ganzen bücher da drin das dürfte genau für schärfe 5 reichen ja alter unbreaking 3 am arsch wo ist dein am bus ja hier ist dein am bus in der wand hier links in der wand direkt ich habe zwar einen effizienzkiller genau ich wollte ein buch nehmen mal gucken was ich aufs buch krieg effizienz ja ok komm soll ich effizienz 3 machen du es ja du es wenn er jetzt nicht mehr als effizienz 3 drauf ist wäre schon belastend so schwertes sharpness sharpness 3 warte jetzt habe ich zwei mal sharpness 3 wow jetzt habe ich zwei mal sharpness 3 was muss ich jetzt machen ja sharpness 3 und sharpness 3 zusammen das sind sharpness 4 ja hm du müsstest da noch ein schärfe 4 buch haben ne doch eigentlich schon ich habe schärfe 3 schärfe ne stärke 4 war das oh he das tut mir jetzt leid ne egal ich habe schärfe 4 wo ist es schärfe 4 ich habe auch leider keinen schärfe buch mehr warum kann ich ach ach ich kann das ja auf ein schwert drauf machen weil er dorn und so drauf ist ja doch das kannst du trotzdem nein doch da ist dein schärfe drauf ja dann komm mal runter hier warte hä ja dann nimm das buch weg und mach mir einfach sharp 4 drauf mach mal das so ja wie soll ich das machen ja cheat ihr das eben wir hatten es ja so geplant ich habe Level verloren stimmt 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 das ist ein das ist ein ordentliches Ding ne also Alvin hat mir das auch so erklärt dass es mein Schwert oh hier he hast du noch Level äh ja aber ja kannst du mir das verzauern ja warum kann ich das trotzdem nicht drauf machen dann hast du zu viele Enchantments schon drauf dann das hier ne das geht auch nicht und da hast du Band 4 und Pläne 3 drauf ja dann hast du du hast zu viele Enchantments schon auf dem Schwert Digga hier äh hä hä ja siehste warte mal ich warte konnte man das nicht auch mit dem Command machen hä zeig mir mal bitte dein Schwert das sind beide die ich hab hm dann nehmen wir das zurück ja ja Minekraft ist schon manchmal merkwürdig ja das ist die Truf man holt blablabla 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 ja ja ich weiß älbedcm kannst du mal bitte ... ... ... ... Fehlthacke für mich auf. Ja, aber sicher doch. Das klingt super. Ja, also du hast jetzt keinen Bane of Arthroopass mehr. Da können nur maximal vier Enchantments drauf. Das ist egal, ich hab ein gutes Schwert jetzt. Ähm, was wolltest du haben? Hier, deine Picke. Meine Fehlthacke, biete, biete. Ja, biete. Danke, danke. Ich könnte ohne diese Fehlthacke nicht überleben, nein. Ohne diese Fehlthacke konntest du nicht mehr leben, ja, ja. Nein, nein, das konnte ich nicht. Nein, nein. Was ist denn, du dämst, scheiße, du dämst, wichser, Alter. Eila, das macht voll viel Schaden. Alter, schlag mich mal. Dein Helm ist kaputt. Warte, noch einmal. Warte, warte, warte. Warte kurz, warte. Okay, einmal noch. Warte, während ich auf dich zurenne, warte. Okay. Drei, zwei, eins. Uiiu. Oh, ich hab dich gekrittet. Muss nochmal machen, warte. Alter. Soll ich mal meinen Turm fertig machen? Ich weiß ja nie. Ja, ja. Ohne wird's selten so viel Spaß gehabt mit dir, du Hurensohn. Ich strecke mich vor dir. Ja, ja. Ja, ja, Patrick. Ja, der Bimisch. Ja, ja, wo bist du? Bimisch. Patrick, geh mal auf deinen Turm. Ich komme. Du musst eine bessere Aussicht haben. Oh nein. Ich komme, ich komme. Oh nein, es wird dunkel. Timi, ich glaube, wir müssen schlieben. Nein, nein. Das geht schon. Patrick. Du dämlicher Hurensohn. Patrick, geh auf deinen Turm. Ja, warte. Geh auf deinen Turm. Turm. Geh auf deinen Turm. Murr. Der Schnurrbart. Bruder, ich komme nicht drauf. Bruder, wo gehst du überhaupt? Wo bist du, Bruder? Ich fehlt mir der Schnurrbart. Deine Murrka. Ja, ja, Patrick. Ja, ja, ich rede. Ja, ja, ja. Wo bist du, ja? Patrick, ja. Ja, ja, such mich. Patrick, such mich. Ich verstehe mich. Digga, wo bist du? Ich verstehe mich. Ja, ja. Mach mal hell, Alter. Mach mal hell. Ich verstehe mich. Nein, nein, nein. Dann entstieke ich. Ja, ja. Ich gucke auch weg. Nein, nein. Du weißt ja nicht, wie du bist. Ja, ja, Patrick. Ich verstehe mich. Ich weiß ja wirklich nicht, wo du bist, Digga. Ja, ja. Ich bin ganz in deiner Nähe. Jetzt weiß ich nicht, ob du in meiner Nähe bist, weil du sneakst. Hä? Digga, wo bist du? Hallo. Komm zu mir. Ja, ja. Ja, ja. Oh, oh. Hallo. Du hast mich lange gebraucht, um mich zu finden. Ja, ich hab dich noch auf meiner Min-Map gesehen. Alter, hab ich jetzt aber gepackt. Hör mal. Lass mal pennen gehen. Mein Wasser hat man nicht im Inventar gehabt. Lass mal pennen gehen. Ja, 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 Patrick. Hast du gerade ehrlich zwei Minuten gebraucht, um zu merken, dass ein Block in den Boden nicht ganz so stinkt? Ja. 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 Patrick, suche mich, suche mich. Ey, wenn meine Freunde mir Gute Nacht schreiben, ich muss eigentlich nur auf diese eine Leiste, wo schon die Wörter vorgegeben sind, ne? Komm, Nacht, Baby. Ich liebe dich. Gute Nacht. Pum. Pum. Komm, Todesspiel. Eine Runde. Bin dabei. Wir müssen uns Wut anschlagen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, reicht, 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 reicht. Wir müssen uns Wut ansaufen. Okay. Kommt der auch mal runter? Wow. Oh. Warte, mach mal, stell mal sicher, dass dein Inventar komplett voll ist, dass du nichts, dass man nichts von dem anderen aufsammelt. Warte, dann klinge ich das eben. Ja, oder so. Haben sie zufällig noch eine Kiste? Nee. Nee. Hm, das ist natürlich blöd. Blödli död. Blödli död. Hm. Ja, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Äh. Oh, lebt hier. Oh, lebt hier XX-Tentation. Okay, warte. Wir machen einen Kreis, aus dem dürfen wir uns nicht hinaus. Nein, wir dürfen uns nur dahin stellen, wo die Fackeln sind. Nirgendwo anders. Okay. Okay, okay, das gefällt mir. Nein, die Sau. Hui. Ich wollte erst hier hin, hast du gesehen, ne? Ja, ja. Fuck. Digga, wo ist er? Alter. Ja, okay, hätte keiner sterben können. Wir müssen den Kreis irgendwie verkleinern. Nein. Oh, Alter. Alter. Okay. Hm. Oh, schau. Das werden wohl Leute sagen, die dem Stream hier zugucken, sich so denken, hä, Bruder, was machen die doch, ja? Hose schrullend. Okay, der war nicht. Der war echt bitter. Wow. Jetzt komm, jetzt werden wir beide so stehen, wie wir jetzt sind. Einer stirbt safe. Alter. Guck mal, wäre ich jetzt hier hingegangen, ne? Ich wäre tot. Bruder. Bruder, ich wäre tot, ja. Boom. Warte, ich schieße mal außerhalb des Kreises, vielleicht kommt er dann extra hier rein. Meinst du, so? Ja, genau. Nein, nein. Fuck. Okay, hier rein, hier rein. Hier stehen bleiben. Hier, komm her. Hier hin. Hier hin. Hier hin, genau hier hin. Das Todespiel erfordert. Das Todespiel erfordert. Ja, ja, deswegen, ja. Okay, Bruder, das Todespiel ist so ultrageil, halt. Bruder, ich mach mir eben kurz, ich hol mir eben kurz, ich hol mir eben kurz, meine Pizza. Bis gleich. Tu das. Schöner Hustig, mach mich, ja, ja, geben wir drei. Scheiße, scheiße, einfach drauf. Guck dir keiner zu, ja. Buchen sie. Bis gleich. Tschüss. Bruder macht Kuss. Was eine Ehrenaktion von mir. Ich muss mir ein innovatives Spiel ausdenken, was uns quasi, ja, was quasi, wie so eine Art Poker, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man irgendwas macht von wegen, ja, keine Ahnung. Man macht einen Dispenser und einen Schalter, also man stellt die so gegenüber voneinander. Man packt da jeweils die gleichen Blöcke rein, wie so ein Quartett, derjenige, der das höhere hat, gewinnt. Und der wird quasi, der verliert seinen Einsatz. Was kann man eigentlich machen? Wie macht man einen Dispenser? Dispenser, ja, ja. Okay. Bruder, ist es dunkel? Meine Pizza fällt fast hin, na ja. Ja, ja. Digga, man, die sehen einfach nur ein Blackscreen. Ist das, findest du das toll? Findest du das, das ist ein toller Stream? War schon witzig. Ich hab... Ich hab mir, ich hab mir gerade was, ein neues Konzept ausgedacht, ja. Digga, wo bin ich? He, he, he. Achso, ich hab mir unten gebaut. Ja, ja, du. Ja, ja. Ja, ja, das war's. Ja, ja, das war's. Ich hab mir leider dabei kaputtgegangen. Mit meiner Burka ins Klo-Kar. Patrick, ich hab ein ultra geiles Konzept. Ich wöre. Komm, komm mal bitte. So, mach das hier. Ich muss von meinem Kentucky Fall checken, weiter nach vorne. Ähm. Okay, 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 okay. Das wird ultra geil. Auf ins Niemandsland. Was? Ins Niemandsland. Kann man profil nicht braten? Ne, was? So. Ähm. Jetzt erstmal auf ultra hässlich. Ach, du Scheiße. Ja, 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 ja. Pass auf. Ich muss meine Pizza pünfen. Ähm. Was hast du vor? Ja, ja. Und du wirst es gleich verstehen. Es hat auf jeden Fall was mit dem Todesspiel zu tun. Du hast den Test. Es wird auch ein Todesspiel, ja. Okay, pass auf. Was wir jetzt machen, ist ein Glückstodesspiel. Mhm. Du denkst dir so, Bruder, was ist das denn für ein Müll? Mhm. Ich werde es dir erklären. Erklär mal. Pass auf. Wir haben hier verschiedene Seeds. Und es gibt verschiedene Ranghöhen der Seeds, ja. Mhm. Also wir haben auf der einen Seite Beetroot Seeds, ja. Mhm. Wir haben auf der anderen Seite Pumpkin Seeds. Mhm. Und wieder auf der anderen Seite haben wir Melonen Seeds. Mhm. Heißt, es gibt logischerweise eine gewisse Rangfolge. Die normalen Seeds sind nichts wert. Mhm. Die Beetroot Seeds sind ein bisschen was wert. Pumpkin Seeds sind schon heftig. Und Kürbisse sind der absolute Ultraschit, ja. Aha. So. Was du jetzt machst? Ich finde, man sollte Belohnungen bekommen. Ach, du willst das mit dem Dropper machen. Ja, ja. Du musst doch auch so krassen Scheiß rein tun, Alter. Nein, das verstehst du das schon mal. Halt so russisches Roulette, glaubst du auch? Ja, das wird ja russisches. Das wird russisches Roulette. Das wird russisches Roulette. Das ist aber nicht immer safe. Brauchst du das im Game-Mode? Nein. Gut. Okay, pass auf. Das Ding ist, derjenige... Also wir machen... Wir setzen einen Einsatz fest, um den es geht. Sagen wir zum Beispiel mal einen halben Stack Eisen. Und dann ist es quasi Quartett. Derjenige, der das Bessere zieht, der bekommt den Gewinn. Mhm. Was sagst du? Bist du dabei? Cool, cool. Bin dabei. Halber Stack Eisen als ersten Einsatz? Ich weiß nicht, ob ich noch so geglaubt. Hm, na. Moment mal. Also es ist eine Fliege beim Essen. Das mag ich ja gar nicht. Halber Stack Eisen? Halber Stack. Okay. Aber du kannst es jetzt auch manipuliert haben, ne? Ja, du kannst gerne bei mir auch reingucken. Oder such dir einfach eine Seite aus. Noch einfacher. Oh ja, hab ich gerade geleckt. Außerdem gibt's ne Voraussetzung. Woher mit den, ähm, Sachen? Ähm, mach am besten ne Kiste einfach. Hm. Der Einsatz. Ach so. Ja, pack einfach ins Inventar. Mach mal, ähm, Day. Mach ich sofort, warte. Hey, Juni, ich hab ehrlich keine freie Kiste hier. Da ist doch nur Weizen drin. Nö. Hä? Da ist doch ein 3x3 Feld, ne? Ja. Also nur Melon, Kürbiskerne und rote Beete-Samen. Und Melon. Ja. Und normal. So, und je nachdem, wer das beste hat, der gewinnt. Also ich gucke jetzt bei dir rein. Und du drückst auf den Dispenser. Okay. Ach so meinst du das? Ja. Ach so, okay. Damit was zufällig rausgeworfen wird. Okay. Ist das immer zufällig hier, oder machst du das nicht direkt oben links? Nein. Okay. Und? Und? Oh! 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 Was? Hast du was gesagt? Was? Oh. Ich hab Oh gesagt, weil... Einsatz. ...un normalen Seedbacker, halben Stack. Ach so. Okay, jetzt guckst du bei mir rein, dass du siehst, dass auch ich nicht felke. Mhm. Und ich hab auch nichts anderes im Inventar, du könntest mich... Äh, du könnt... Ich... Ja. Egal, trust me einfach. Ich glaub dir. Okay, du siehst ja sowieso was rausgeht. Ja. Okay. Das darf alles werden, außer normaler Seed. Ha! Nein! Halber Stack gehört mir. Weiter. Der halbe Stack gehört mir. Ach so. Oder machen wir best of three. Machen wir best of three. Ja, dann geh ich wieder zurück. Nö. Halber Stack Eisen. Halber Stack Eisen. Was machst du hier, Alter? Ist doch halber. 32. Nö, das ist die Hälfte von 64. Ein Stack sind 64. Ja. Halber Stack sind 32. Du hast mir 16 gegeben. Oh, ich hab da so eine Laufhefte zurück. Haha. Okay. Okay. Ähm, ja? Soll ich? Ja. Derjenige, der zuerst drei hat, ne? Okay, guck. Bei mir wieder rein. Mhm. Ja. Ja, ja. Zwei. Alter. Du bist wieder dran. Du hast gewonnen. Ja, die Runde hast du gewonnen. Zwei, eins. Was war das? Hm. Walz. Ähm. Hier. Hier, Walz. Normale? Okay. Guck mal mir. Nein. Es geht weiter. Ja. Alter. Kusche, kusche. Ja. Ja. Eins, zwei, drei. Zwei. Ja. 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 Okay, ich hoffe, das Prinzip ist einigermaßen klar rübergekommen. Ja. Ich find das irgendwie ultra witzig. Das stimmt. Hab gerade mein Eisengehalt um 32 vermehrt. So, wenn wir daraus jetzt noch ein schönes Casino bauen, anstatt so einer hessischen Rotzbude. Das kannst du ja auch mehr machen. Stimmt. Das könnte ich auch eigentlich in mein Hotel integrieren, so. Mamadelle. Achso, ja. Sorry. Das ist einigermaßen klar rüber. Oder man sagt halt, ja, okay, gespielt werden vier Runden und derjenige, der am Ende mehr Punkte hat, ne, dann weisen wir jedem guter zu und dann hat sich das. Ich sende mich an meiner CSGO Trading Zeit. Okay. Okay, ich versichere mich nicht. Ja, das interessiert mich auch nicht. Ja, sorry, Alter. Was juckt mich CSGO, Alter? Du Arschloch. Arsch. Sag mal, Alvin, du so komm, Alter. Ja, sag du's doch, Alvin, Alter. Om, om. Bin ich Alvins, Alvin? So. Jetzt bist du verwirrt. Also, Alvins was? Was labet der? Ich hab ihn jetzt angeschrieben. Wenn, wenn er nicht kommt, bin ich traurig. Kann ich verstehen. Der Alvin ist schon schnuckig. Ja. Ich bin fertig mit meiner Pizza und kann ich wieder spielen, ey. Ui, der hat einen OP-Gurt-Apfel, der Schlinge. Ich weiß, den hat er auch geangelt. Geangelt? Ja, ja. Angeln ist okay, Junge. Noch nicht gemerkt. Hm, hm. Boah, ich hätte die ganze Zeit angeln müssen, wenn das nicht erst so ich Idiot. Das wäre ein Ideen gewesen. Ich bin jetzt angeln. Ich bin jetzt angeln. Wir müssen jetzt echt mal ein Angestick machen. Müssen wir? Hm, hm. Warum? Warum nicht? Warum denn? Ja. Ja, jetzt hat er geohnt. Ja, nur so, warte, was? In der Tat. Jetzt hat er mich geohnt. Nein. Bruder, was war das denn? Ja. Was war das denn? Ich bin außerdem am Mikrofon gekommen. Meine Beats. Oh, ich hab ein Buch bekommen. Feuersturz 3, Nemesis, Fliegenfüßler 4. Bruder, ich muss mit einer Hand gerade spielen. Mit einer Hand an dir zu spielen, ist doch sowieso dein Fachgebiet. Ohohoho. Ich bin auf Hochtouren. Ey, der war, eigentlich war der nicht schlecht, so. Der war schlecht. Nee, der ging. Ich will auch ein OP abziehen. Ziehen, Alter. Wieso fucking Lootboxen? Ja, Mann. Ohne Wiss. Wir brauchen diese scheiß Mod. Nein. Hm. Mit einer Hand spielen ist Kacke. Hm? Mit einer Hand spielen ist Kacke. Wenn die Leute da in der Hand, ich bin ja total fett. Bist du auch. Hm, absolut. 70 Kilo, meine Freunde. 70.000 Kilo. Oh, fuck, welch das gerade. Du gehst auf die Waage und dann sagt die Waage, einer muss runter. Bitch. Kannst du aufhören, bitte, irgendwelche Chomelians zu... ... ... Von wem magst du das? Talien. Richtig. Auf Englisch heißt es tall, also. Umfangreich. Hm. Schon ironisch, eigentlich. Ja, der ist aber klein. Ja, aber. Ist äußerst umfangreich. Ich will know what I mean. Du, jetzt bin ich fertig. Ich meine, er ist fett. Wie schnell hast du gegessen, Alter? Ich hab sogar... Normalerweise esse ich eine Pizza in 5 Minuten, Junge. Guck mal, das war safe schneller als 5 Minuten. Echt? Ja, kann ich dich mal bitte treffen? Piu! Oh, Mann! Ich bin echt zu blöd gerade. Hör auf, gleich sterbe ich wieder. Ja, das glaub ich nicht. Boah. Ich krieg die Flasche nicht zu. Aua. Ein Herz, Junge, ein Herz. Laberste da, Alter. Halbes Herz. Laber, keine Scheiße. Ich boxe dich jetzt einmal. Ja, jetzt bin ich wieder froh. Ich hab gar nichts essen. Hast du nicht, Alter. Ich hatte nicht... Kleiner Schlingel-Dingel. Nom, nom. Ich mach jetzt dein Haus kaputt. Ey. Du Arsch. Aua. Ich hab mir viel getan bei dem Versuch, dein Haus so zu stürmen. Verdammt. Verdammt, mein Leben ist kacke. Kennst du die im Adult Swim, ne? Also die Macher von Rick and Morty. Kennst du die Serie, ähm, hier, ähm, Mr. Prickles? Ne. Gib dir das mal, Alter. So eine Mischung aus krank und lustig. Ja. Das letzte Mal, als mir das empfohlen wurde, Paradise PD, fand ich es absolut, absolut unwitzig. Ist das von Adult Swim? Nein, aber trotzdem. Zwischen krank und witzig. Das war absolut dämlich. Ne, aber das ist... Das ist extrem krank und extrem witzig. Hm. Es geht einfach um einen Hund, der Satanist ist. Hm. Ne, ist nur auf Englisch die Serie, ist irgendwie egal. Muss ich nochmal was trinken? Ja, ich glaub's nicht. Ha, ha. War ich nicht. Ich bin so eklig. Mein Sattel, ja! Sattel-i. Weg. Alter. Noch ein Sattel. Ja! Ne, eine Schüssel. Sattel für alle. Scheiße, jetzt. Alle für Sattel. Mein Fisch, mein Fisch. Ich fühl mich eigentlich so nett. Komm hier. Ja, du hast einen Tiemann in der Angle. Nein! Ich zieh ihn ran. Ich weiß nicht, du stirbst an der Jetzt. Puffi! Das größte Mobbing-Opfer, Alter. Nach Alvin. Nach Alvin. Oh! Timmy! Guck mal, was ich bekommen hab. Fast so schön wie ich mit meinem Knochen. Oh, ein Knochen! Oh, ein roter Fisch! Ey, ne, meiner. Ja! Noch ein... ...eine Schüssel. Wir müssen mal alle zu dritt... ...kannst du mal auch für mich zuhauen? Wir müssen mal alle zu dritt angeln, Junge. Ja, ja. Wäre eigentlich voll effizient. Effizient. Effizienz drei? Vier? Acht. Hm. Irgendwann halb geh ich aber auf. Mhm. Das sind sieben Minuten. Mhm. Gut. Nur, dass du Bescheid wirst. Ja, die hofft nur aufgegessen. Okay, bitte zu. Ja, nein, Fisch. Ja, 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 ja. Warum kommt bei mir nichts? That's what she said. Jetzt wirst du voll overreacten mit meinem Scheiß-Bogen-Zück. Sohörst du jetzt wohl auf! Du weißt, mit einem Schuss wirst du tot. Neu und halb. Ich hab ein Team! Oh, lol! Wie du mich gerade herangezogen hast. Mach das nochmal. Yo. Auauau. Auauauau. Ui. Komm mal randu. Alter. Pff. Bleib sentier! Ja. Das weiß ich auch nicht, was du so im Arsch ist, kannst du jetzt mal aufhören. Oh Patrick? Ja? Der gebraten Hütchen... Och Junge hör doch auf! Alter! Ich schieße da die ganze Zeit lang! Komm hier nicht so! Komm her! Ja! Nein, bleib hier! Nein, warte! Sammels auf und komm zurück! Ich will dir doch nur gebratenes Essen geben! Oh, die Peter hat das akzeptiert! Ich brauch kein Essen! Warte? Hm? Die Peter hat das hier akzeptiert? Ist Peter... Peter testet? Peter-proofed? Der Peter hat's geproovt! Nein, die Peter! Nein, der Peter! Hör mal auf! Hör mal auf! Hör doch mal auf! Hör doch mal auf! Ja, danke für die 25 Level! Hattest du nicht? Natürlich hatte ich die, du Vollidiot! Ach, dann ercheat sie dir wieder! Ach, dein blödes Maul, Alter! Ich wollte dich auch einmal killen! Hör auf jetzt! Nein, jetzt! So! Du hast Zeug von mir aufgesammelt! Oh, ne, hast du doch nicht! Alles gut! Hab ich doch nicht! Alles gut! Oder? Ich wollte dich merken müssen! Hast du was mehr aufgesammelt? Nein! Ich hab gerade deinen, deinen armer Stand getreten! Doch, du hast mal was aufgesammelt! Du hast ein Schild aufgesammelt! Kannst du das wiederhaben? Was für ein Schild! Du hast ein Schild aufgesammelt! Ich möchte das wiederhaben! Guck im Stream! Guck doch in meinem Arsch! In den Arsch! Ja, wo ist dann das Schild? Geh mal weg hier! Wo ist denn ein crafting table? Ah, hier in der Ecke! Ah, hier in der Ecke! Ah, hier in der Ecke! Hast du noch das ganze Leder, was ich dir mal gegeben hab? Äh, ich hab ein bisschen was davon, ja! Gib mir das mal wieder! Ich will mir einen eigenen crafting-Tisch machen, ja! Ja, hier in der Ecke! Ja, hier in der Ecke! Peter Proof von Peter Pan! Ja, ja! Das mag ich nicht. Alter, da kommen sie direkt alle angestöhnt hier. Macht zigs. Hast du noch Samen? Och, Junge. Junge, geh dein Haus zerstören. Was? Egal. Ich mach morgen weiter, ich bin's weg. Was ist los? Was? Hä? Egal, dann würde ich sagen, das war's damit ins Stream. Heute war ein bisschen verpeilt. Wir machen dann morgen weiter. Ja, wir haben heute ein bisschen Spaß gemacht. Ja, moin. Ja. Tschüssi. Ja, moin.